Und dann können wir den 5 Mark Alpha an der Easy hochgehen. Lang, äh, Lufthansa 5 Mark Alpha. I would really appreciate it if we, like, get it direct to Maroon or Nimitz. Is it possible? So, wenn du Route fliegen willst, dann bleib, dann proceed Maroon. Dankeschön, proceed Maroon, Lufthansa 5 Mark Alpha. Wie kommt das? Äh, der hat irgendwie einen falschen Punkt in irgendwo Südamerika oder sowas aufgegriffen. Ich weiß es selber nicht. Aber gerade fliegst du ganz gut eigentlich Richtung Delta Hotel 658. Ja, Südamerika war ein bisschen übertrieben, aber keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Und hier ist auch gerade irgendwie eine Mücke, die mich die ganze Zeit nervt. Deswegen muss ich auch mal gleich kurz vielleicht auch das Kacko zu kästen. Was? Ja, das hört sich an. Ja, mach das. Eine Mücke, die wir... Das ist eine Emergency. Was ist denn jetzt los? Oh, ich liebe Maroon. Das ist ein... Wir見て. ...